Guten Morgen, heute ist Tag 16 meiner 21-Tages-Challenge zu Vitamin Grün und Du, Deine beste Medizin. Wie bist denn Du heute drauf? Bist Du gut gelaunt oder schlecht? Wenn Du einen umwolkten Geist hast, dann habe ich eine Idee. Entscheide Dich zu lachen. Du kannst es alleine machen, kannst es auch mit Freunden, es hilft immer. Mein Name ist Dieter Begel, ich bin Geschäftsführer von Optimum Medien und Service GmbH. Und wünsche Euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.